...immer mit dem totalitären Staat entgegen und in drei Jahren werden wir hier zensiert, was wir sagen dürfen. Ja, aber wenn man es... Entschuldigung, Herr Müller. Das ist genau die Situation, die wir erleben werden. Das ist genau die Situation, die wir erleben werden. Das Bargeld ist geprägte Freiheit. Dieser Spruch stimmt voll und ganz. Er gibt dir die Möglichkeit, anonym zu kaufen. Er gibt dir die Möglichkeit, überhaupt zu kaufen. Nehmen wir doch mal die Situation an, wir haben kein Bargeld mehr, wir haben nur noch elektronisches Geld. Und ich glaube, wir können uns abschminken, diese Naivität, die die Krypto-Jünger am Anfang hatten, das wird mal eine anonyme Währung werden, völliger Bullshit. Das wird niemals anonym sein. Währungen sind mächtiger als Armeen und man wird das nicht einfach anonymisiert lassen. Der Sinn ist ja gerade digitalen Währungen, dass ich damit Kontrolle ausüben kann. Da macht Anonymität ja gar keinen Sinn. Da würden die ganzen Argumente von wegen Geldwäsche und so weiter gar nicht mehr funktionieren. Also es werden selbstverständlich rein digitale Währungen geben. Die werden vollkommen überwacht werden. Das heißt, man wird dann von dem ersten Lutscher bis zum Sargnagel wissen, wann ihr was gekauft habt. Und zwar unveränderlich. Die Konsequenz ist erstmal, naja, jetzt wissen die alles über mich. Jetzt wird die meisten noch sagen, naja, und dann sollen sie es halt wissen, wird die Werbung besser auf mich ausgerichtet, ist ja in Ordnung. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir wissen doch nicht, wie ist denn die politische Landschaft in 20, 30, 50, 100 Jahren. Guckt mal die letzten 100 Jahre zurück, wie viele verschiedene Regierungsformen wir hatten. Wisst ihr, wie es in 50 Jahren aussieht? Jetzt lasst doch mal in 30 Jahren eine totalitäre Regierung ans Land kommen. Und ihr wollt euch dagegen aufbegehren. Ihr wollt jetzt Freitagsdemonstrationen machen. Und dann sagen die, Moment mal, du, 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 das gefällt uns aber gar nicht, was ihr da macht, pass mal auf, du darfst jetzt nicht mehr reisen, du bleibst jetzt mal schön zu Hause, du reist jetzt nicht mehr nach Berlin, du darfst keine Flugtickets mehr kaufen, keine Zugtickets und du kriegst nur noch für 20 Euro Sprit im Monat. Das für alles andere ist dann, dafür ist dein Geld gesperrt. Oder man sagt, wenn du ganz böser, dieser Dissident bist, der der Regierung auf den Sack geht, klick, du kaufst überhaupt nichts mehr. Dein Konto, deine digitale Währung ist gesperrt, du kannst mit nichts anderem bezahlen, du kaufst dir nicht mal mehr ein Brötchen, du kaufst dir keine Zeitung, und kein Kugelschreiber mehr, du bist raus aus dem Spiel, du kannst nur unter der Brücke leben. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in dem Moment, wo du keine Möglichkeit hast, anonym zu bezahlen, wo niemand weiß, wer du bist, darf der kaufen oder darf der nicht kaufen, der legt einen Geldschein auf den Tisch und jeder wird gleich behandelt. Das ist ein Gleichheitsgrundsatz. Wer Geld hat, wird bezahlt, wird bedient. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben wir die Gefahr einer massiven totalitären Diktatur über die Bevölkerung, gegen die sich keiner wehren kann. Jetzt kombiniert auch Auszahlung von Geld über bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingtes Grundeinkommen zusammen mit einem chinesischen Sozialpunktesystem und dann wisst ihr, wie völlige Überwachung und Steuerung einer Gesellschaft aussieht. Wer da sich noch stark macht für Bargeldabschaffung, weil es so schön bequem ist und weil so wenig Bakterien auf den Scheinen ist, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Applaus 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 Applaus